Wie bekomme ich leuchtend weiße Highlights mit Buntstiften auf dunklem, gesättigtem Untergrund hin? Ihr kennt sicher das Problem, dass weißer Buntstift auf dunkler Untermalung nicht so hell und leuchtend wird, wie ihr das haben wollt. Auf gesättigten Papier ist es fast unmöglich, leuchtend weiße Highlights mit Buntstiften zu setzen. Je nach Hersteller sind nur mehr oder weniger weiße Striche möglich, selbst wenn man mit dem Stift sehr, sehr stark aufdrückt. Aber wie bekomme ich leuchtend weiße Highlights mit Buntstiften auf dunklem, gesättigtem Untergrund nun hin? Mein Name ist Anneliese Klotz und hier zeige ich euch ein paar Tricks, wie ihr weiße, leuchtende Highlights selbst auf komplett gesättigtem Papier hinbekommt, mit selbstgemachtem, flüssigem Buntstift. Am Ende jedes Kapitels gibt es eine Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der jeweiligen Variante. Und am Ende des Videos gibt es einen Extra-Tipp, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Ich zeige, wie ihr auf gesättigtem Papier trotzdem direkt mit dem Buntstift leuchtend weiße Highlights setzen könnt. Der ultimative Trick. Außerdem zeige ich euch im Laufe des Videos, wie ihr Zest-It sparsam einsetzen könnt, ohne dabei durch ständiges Abzupfen Lösungsmittel zu verschwenden. Bleibt also dran, es lohnt sich. 5 Versuche deckendes Weiß herzustellen Um flüssigen weißen Buntstift herzustellen, brauche ich etwas Abrieb vom Buntstift. Das 600er Nassschleifpapier hat eine sehr feine Körnung. Ihr könnt da auch ein Schleifpapier mit einer etwas gröberen Körnung nehmen. Hauptsache es trägt den Buntstift gut ab. Buntstift auf Nassschleifpapier abreiben, mit Zest-It verflüssigen und malen. Und gleich der erste Tipp. Kleine Buntstiftreste kannst du zur Herstellung von flüssigem Buntstift super verwerten. Einfach die Mine aus dem Holzkörper herauslösen, zerreiben und mit Zest-It auflösen und malen. Bei der Variante Weiß gibt es ein opakes Weiß. Auf keinen Fall Wasser zu geben, weil Zest-It ist ölig, sonst krümelt das Ganze. Da der Buntstift mit Zest-It aufgelöst wird, solltest du aufpassen, den Untergrund nicht anzulösen, es sei denn, du willst diesen Effekt. Für die Herstellung von flüssigem Weiß mit Alkohol den weißen Buntstift abreiben, mit Alkohol verflüssigen und malen. Das gibt ein lasierendes Weiß, ist also nach einmaligem Auftrag nicht deckend. Willst du es deckend, einfach mehrmals auftragen. Nach jedem Auftrag warten, bis die Schicht gut getrocknet ist. Und dann wird das Schicht gut getrocknet. Variante 3 mit dem Carandache Neocolor 2 Buntstifte sind Wachs- oder Öl-basiert, warum also nicht den weißen Wachspastellstift von Carandache ausprobieren? Diese Stifte sind wasservermalbare Wachspastelle. Es braucht also kein Lösungsmittel um sie zu verflüssigen. Wasser reicht. Sie lassen sich super einfach mit dem Stift direkt auftragen oder aber mit dem Pinsel aufmalen. Mitunter bekommst du mit diesen Kreiden einen Aquarell-Effekt je nachdem wie viel Wasser in deinem flüssigen weiß ist. Variante 4 Colorless Blender Zest-It Buntstift Weiß Für den vierten Versuch kommt der Full Blender Stift von Carandache zum Einsatz. Das ist ein Vollminenstift, hat also keine Holzummantelung und besteht zu 100% aus einer Wachs-Ölmischung, eine Art Buntstift in Durchsichtig, also ohne Farbe. Einfach einen kleinen Berg abspitzen. Ich habe die gleiche Menge Pigment Titanweiß zugegeben. Zuerst den Binder auflösen und mit dem Pigment verreiben bis die Konsistenz stimmt. Achtung, auch hier auf keinen Fall Wasser zugeben, da der Blender Öl- oder Wachshaltig ist, wird die Mischung dann krümelig oder klumpig. Zwar lässt sich dieses flüssige Weiß deckend opaak auftragen, neigt aber beim Auftragen zum Krümeln. Variante 5 Gesso mit Titanweiß. Beim fünften Versuch geht es darum, einerseits ein deckendes flüssiges Weiß zu bekommen und gleichzeitig dem Untergrund Struktur oder Textur zurückzugeben. Hierfür habe ich Clear Gesso unter Zugabe von etwas destilliertem Wasser mit Titanweiß verrieben. Das gibt eine super opaake, super deckende Mischung, die sich sehr gut auftragen lässt. Die Oberfläche erhält Grip. Nun der Härtetest. Wie gut haftet das Weiß auf dem Untergrund? Bei den ersten drei Varianten bleibt kein Weiß am Finger. Die Variante mit Neocolor 2 fühlt sich sehr glatt an. Bei der Variante Blender Pigment Zest zeigt sich, dass diese Mischung viel Weiß abgibt. Vielleicht muss man danach justieren und mehr Blender im Verhältnis zum Pigment anreiben. Clear Gesso mit Pigment hinterlässt keinerlei Spuren am Finger. Man fühlt die leichte Körnung der Oberfläche. Ist eine Übermalung möglich? Bei allen Varianten habe ich zuerst mit ganz wenig Druck übermalt. Variante 1 Bei erhöhtem Druck auf dem Buntstift lässt sich das Weiß lösen bzw. Striche so ziehen, dass der schwarze Untergrund sichtbar wird. Das geht auch mit dem Skalpell. Also aufpassen! Lasuren sind möglich. Ein weiterer satter Farbauftrag funktioniert nicht, da die Buntstifte die weiße Farbe abkratzen. Für die Variante 2 gilt dasselbe wie für die Variante 1. Lasuren sind möglich, aber aufpassen, dass beim Übermalen mit dem Buntstift nicht zu stark aufgedrückt wird. Das Weiß lässt sich mit dem Buntstift lösen. Variante 3 Diese Variante verträgt sehr viel Druck. Sehr sehr viel Druck. Allerdings ist hier kein satter roter Farbauftrag möglich, sondern eher eine Lasur. Selbst bei starkem Druck lässt sich die weiße Farbe mit dem Stift nicht abkratzen. Hier braucht es also das Cuttermesser. Die Oberfläche ist sehr glatt. Variante 4 Hier ist keine Übermalung möglich. Das heißt, das Weiß lässt sich selbst bei leichtem Druck direkt vom Untergrund ab. Variante 5 Variante 5 Dieses Weiß kann problemlos übermalt werden. Selbst bei starkem Druck löst sich das Weiß hier schlecht vom Untergrund. Schwarz freizulegen durch Kratzen mit dem Cutter ist einfacher. Bei den folgenden Beispielen Clear Gesser ohne Titanweiß hatte ich mit der Kamera extrem herangesoomt. Der Farbauftrag im Original ist homogener, ähnlich dem auf Pastellmatt. Bei den Varianten 1 bis 5 ging es darum, wie man mit flüssigem weißem Buntstift und ähnlichem weiße Highlights direkt auf einem schwarzen gesättigten Untergrund hinbekommt. Aber wäre es nicht toll, wenn man auch direkt mit dem weißen Buntstift diese weißen Highlights auf gesättigtes Papier setzen könnte? Mein ultimativer Trick, Clear Gesser, das dem Papier Textur zurück gibt. Clear Gesser trockne transparent auf. Du kannst also einfach irgendein weißes Papier damit für die Buntstift oder auch die Pastellmalerei präparieren. Oder eben vom Buntstift gesättigtes Papier wieder bearbeitbar machen. Clear Gesser auftragen und das Ganze gut durchtrocknen lassen, am besten über Nacht. Clear Gesser verleiht im Untergrund eine Struktur oder Textur, die sich wie Pastellmatt Papier anfühlt. Auf diesem Untergrund lassen sich direkt und einfach mit dem weißen Buntstift leuchtend weiße Linien ziehen und Flächen setzen. Am Anfang des Videos habe ich gezeigt, wie der Farbauftrag auf dem gesättigten Untergrund aussieht. Bei den Polychroms beispielsweise war das weiß kaum zu erkennen. Auf dem mit Gesser überzogenen Probestick hingegen ist klar zu erkennen, dass sich alle weißen Buntstifte deckend aufmalen lassen. Aber lässt sich das auch mit Zestit verblenden? Zwischendurch mein Trick zum sparsamen Umgang mit Zestit. Mein Trick beim Verblenden ist, dass ich den Pinsel nicht direkt in die Flasche mit dem Zestit eintauche. Und dann den Überschuss auf einem Papiertuch abtupfe, um den Pinsel wieder trockener zu bekommen. Durch dieses Abtupfen verschwendet man viel Zestit. Mein in Zestit getränktes Baumwolltuch im Schraubglas stellt sicher, dass der Pinsel genug Zestit abbekommt, nicht zu viel und nicht zu wenig. Zurück zu der Frage, ob sich das auch mit Zestit verblenden lässt. Ja, das geht super, wie ihr seht. Zestit löst auch nicht das Clear Gesser ab, sondern lediglich an und verblendet den weißen Buntstift sauber. Mit dem weißen Buntstift lassen sich im verblendeten weiße Linien ziehen, sodass der schwarze Untergrund sichtbar wird. Das funktioniert aber nur bei angelöstem Gesser. Lässt man das Gesser vollkommen aushärten, lässt es sich mit dem weißen Buntstift schlechter ablösen. Dafür braucht es dann das Cuttermesser. Wenn ihr einen körnigen Farbauftrag bevorzugt und nicht mit Zestit verblenden wollt, geht das auch mit dem Papierwischer oder dem Fullblender Stift. Fazit Gut durchgetrocknetes Gesser lässt sich leichter mit dem Cuttermesser abkratzen. Es verträgt viel Druck auf dem Buntstift. Mehrere Lagen Buntstift sind möglich. Verblenden mit Zestit ist möglich. Zestit löst das Gesser an, woraus sich zwei Möglichkeiten ergeben. Entweder direkt nach dem Verblenden mit dem Buntstift oder dem Cuttermesser das Gesser wegkratzen oder komplett aushärten lassen und mit dem Cutter kratzen. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann helfe mir bitte, dass dieser Kanal wächst, indem du mir einen Daumen hoch gibst und meinen Kanal abonnierst. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen willst, klicke einfach noch die Glocke neben dem Abo-Button. Dann wirst du informiert, sobald etwas Neues hochgeladen wird. Ein Like von dir ist der Applaus für mein Video. Dankeschön und bis demnächst.